Herzlich Willkommen liebe Leute mein Name ist Xenox, ich spiele hier mit Jan eine Runde Rainbow Six Sage Rant. Sie sind oben? Mach so heil lieber Scheiß. Ja, Papa hat alle gefunden. Ach, Papa wurde zerstört. Wie es warst, weil ich schaffe und andere nicht andenken. Sag mal was. Ja. Übrigens, ich bin Jackman. Da vorne ist noch eine Cam, bitte zerstören. Komm lass uns von oben reingehen. Ja. Okay, ähm. Ach scheiße. Du hast Sprengladung. Ja, ich muss mich aber gewöhnen immer weiter zu reden, auch wenn ich konzentriere. Ja, ja. Das wird doch das schwierige werden. Warte. Ich gebe mit der Drohne da rein. Okay, ich habe die Lamine. Okay, der Smoke. Die haben ein Hole. Die haben ein Hole. Die haben ein Hole. Smoke ist hier in der Ecke. Er ist auch geellert. Äh, Pink. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich place den Schaff auf. Du steckst nicht. Nein. Raus, 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 raus. Warte mal, geh mal weg. Ne, kann ich nicht. Ich muss ja nicht schon wieder in LRA. Hör auf auf zu machen, Alter. Ne, weil dann haben wir nur bessere. Was? Von wo? Die hat uns aus dem Flur geworfen. Ja, er guckt direkt. Oh mein Gott, Alter. Ey, er rennt weg und denkt, sie sind nicht geklärt. Sie hat daneben geworfen. Ähm, das ist Trolling, was der gemacht hat. Das ist Trolling. Wie kann man nur so blöd sein? Was denn? Der Typ. Ich habe mich nicht mal zurückhalten, den zu beleidigen, aber das ist voll die Missgeburt. Oh, 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 oh. Ich darf so erstmal fett zensieren. Wer war das jetzt eigentlich? Wer war das denn? Wer war das denn? Wer war das denn? Wer war das denn? Der mit null Punkten. Verdächtiges Verhalten, Alter. Ich kann ja nicht mal Weekend-Player werden. Das Lied. Best. Troller. EU-West. Fucking. Gay. Just. Uninstall. Die Sache ist, es ist ein Level 80er, der trollt dich, sondern dann er trollt. Er ist nicht ein, noch irgendwie einer, der gerade sich irgendwie hingekriegt hat, dass das Game über Weekend zu cracken. Ist irgendjemand ein Teamkern oder? Ja, ist voll gay, Alter, bitte. Der steht da vorne mit der Granate, Leute. Ich blende es jetzt für euch ein. So, der steht da vorne mit der Granate, wir haben es alle nochmal gesehen. Was macht er? Anstatt einfach irgendwas zu tun, Alter, der bleibt dort schon stehen. Ich könnte heulen. Warte, ich könnte heulen. Warte, ich könnte heulen. So, Tapkan Lado. Was denkt ihr, Leute? Schafft der Tapkan einen Kill? Wow! Was denkst du, Jan? Schaffe ich einen Kill? Nein, du alt hast du. Tank, äh, Tapkan Kill. Äh, kannst du da bitte ein Loch rein? Ach so, ne, ich mach mir doch 30 dämpfisch, deswegen. Ja, aber trotzdem vielleicht dann verwundet man. Ja, ja, könntest du da mal, wo ich gepinkt habe, sag mal dein Nitro Handy, äh, mal aufmachen, oder? Nein. Äh, da muss ich, mach, ich war dann Spracher neben. Nee. Dann pass auf, da oben ist mein Nitro Handy, deswegen. Ist da jemand? Ich hab grad Fuse seine Ladung zerstört. Warte, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, links von dir sollte direkt jemand sein. Soll ich zünden? Sag mir nicht zünden. Äh, nein, nicht zünden. Äh, ich hab ein Problem. Ich hab ein sehr großes Problem. Ich brauch Hilfe. Okay. Kannst du bitte schnell... Warte, bleib dort, bleib du dort, bleib du dort. Komm schon, renn doch meine Kapkanade. ... Fuck! Woh! G, g, HLV, 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 HLVijkeワ will. Rein, rein, renn, renn, renn! Schnell. Hinter dir kommt jemand. Da oben ist Fuse, da oben ist Fuse. Aber blöd, nein, ich weiß grad nicht, wer gejoint ist. Wir sind grad in der Aufnahme. Könntest du bitte den Channel verlassen oder sein App von dir. Dankeschön. Mira, Alter. Ähm, ja, Mira macht Team Kids. Oder versucht es mir. Also Mira, von einer Skala von 1 bis 10. Wie groß oder was für ein bisschen große Mut bist du? Was? Das ist ein paar Teile. Hast du gesehen, wie oft es das Leben gegeben habe? Nein, 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 nein. Ich heule. Es tut mir einfach irgendwie ein bisschen leid. Für die Aufnahme könnten wir eigentlich absolut in den Müll werfen und eine neue machen. Nein, nein, nein. Ich nenne das jetzt einfach Best-Troller-Euro-West-Rainbow-Six-Siege. Das Leech verfehlt einfach alles. Ich hab Flashes dabei und du, du hast Schrengheit. Okay, aber okay. Nein, ich bin auf mein Desktop gekommen. Ja, egal. Ich bin selbst besser als die untere Beine. Ich hab mich mal kill und der einen hat und der anderen ist süß. Also Leute, falls es kurz einen Cut gegeben hat, das war, weil ich auf dem Desktop bin. Ja, ich stehe dann so alles raus. Ich hab da ein bisschen ohnehin gespielt. Ach, sein Dobbski. Senderöchsen, sein Unerfoch-Bibienbilder. Oh ja. Oh. 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 Na, Alter. Na, Alter. was macht denn der das ist die garbage man damit ja ich weiß es ist mein team aber trotzdem gab es ja ja hast du auch und vielleicht können wir mal so machen format wo wir leute die kommentare schreiben ob sie mit spielen dürfen vielleicht mal mitspielen dafür ist das dafür ist unser kanal wirklich noch ein bisschen zu klein aber vielleicht gibt es jetzt weiter leute die immer schreiben ich würde gern reingehen aber danke für den verficktes smoke warte mal komm mal zu mir komm mal zu mir komm mal hier rüber kann ich nicht kann ich nicht alter könntest du mich kurz konzentrieren lassen ich bin jetzt nämlich ich komme nicht zu dir weil ich hatte dann einen geilen spot und ich habe auch ein kill ich habe sogar vier stefan hat ein kill oh gott stefan hat zwei kills stefan wird zum david schnuck haben wir ja aber dieses liegt von der ersten runde das lässt mich nicht los es ist wirklich traurig oder bärmlich aber warum habe ich eine baustellen und eine toy skin weißt du noch damals wo wir auf auf resi-fugzeug gespielt haben und hier kam von mir die kapkanal und es lebte noch ein iq die schlägt unten auf und wir dann durch die barrikade springen ohne dass sie ihren scanner benutzt hat und man hat nicht gescannt davor und wusste dass es noch ein kapkan ist deswegen und ist dann einfach verreckt ja leute ich habe immer noch eine wunderkerze also duftkerze im zimmer als sie die erste folge gesehen haben die muss papa jetzt anmachen denn was hast du eigentlich gestern abend nach der aufnahme gemacht genau ich habe noch eine aufnahme geschnitten und ich habe erst mal die aufnahme geschnitten die wir machen gemacht haben aber ich habe in einem video gesagt was aufgegeben das zu schneiden habe ich auch zum nachhinein aufgegeben weil es mir absolut abgefuckt hat übrigens leute es wundert euch nicht wenn wir zwei videos herauskommt ich habe gesagt ich versuche einfach so viele wie das wie möglich aus und ich werde einfach 24 17 noch schneiden und aufnehmen das ist natürlich nur für euch nein ich bin damit ja nicht bloßstellen weil er vielleicht das nicht macht weil er vielleicht nicht nur die zeit dazu hat er arbeitet schon und ich habe noch schule schule also viel zeit noch drumherum ja aber ich habe dafür einen job meine arbeit ist um 4 uhr fertig haben wir raus außer wenn die berufsschule montag und dienstag ja dann gehen was sonst habe ich jeden tag und die euro aus ja ich halb manchmal auch aber außer freitags habe ich nachmittags frei ja da habe ich habe auch freitags und dienstags und manchmal auch mittwochs frei aber ich muss auch noch was für schule machen und so weiter muss man bedenken ja das habe ich zum glück nicht mehr also gut aber ich habe dafür eine woche zeit für meine hause ja ich habe auch eine woche aber ich habe dafür manchmal selbst die prüfen am tag ist halt eben arbeit arbeit und schule schneiden kann man nicht mal alles machen das zu sterben und wir machen montag unter uns unter uns unter uns kommt jemand ich bin ganz kannst du zur treppe gehen ich schütze dich geht so treppe geh hinter mir da drin ist blitz da drin ist blitz hilf mir schnell da ist blitz die planten die planten bei b geht zu b er hat nicht hin jetzt lebt nur noch der monte oh mein gott stefan so geheult ich kann nichts wünschen und es liebte noch eine ich habe gemeint monta lebt noch kug die waffe die beurte weiter leute wir holen auf wenn das noch ein minuten dann schlafe ich sehr noch seine augen aus was nix aus deine augen da habe ich da weiß ich da war habe ich nicht zugestimmt das einfach pech gehabt deswegen wieder will ich nicht was will ich übrigens habe ich eine abstimmung und alle anderen video was am gleichen tag auch rausgekommen ist gestartet leute mit dem folgenden telder entweder den operator mit dem granatenwerfer oder der muss ich von drohen ich höre mich doppelt gern oder der wo sich von drohen unsichtbar machen kann und ja also bitte falls sie das video noch nicht gesehen habt ihr müsst auch nicht zu ende sind sondern bitte stimmt einfach ab das wird ziemlich wichtig für mich dass ich weiß was ihr wollt dass ich spiele oder bei jekyll bleiben oder bei irgendeinem anderen charakter aber das dann gut aber müsste denken ich muss mir das erfahren und ich also bei mir läuft der alltag so ich stehe auf dann schneide ich ein video und gleichzeitig laden so dann gehe ich zur arbeit dann komme ich mittag nach hause dann schneide ich ein video lade eins hoch noch eins hoch weil ich über die nacht noch eins downloadet also gewendet habe und am nachmittag also nach der arbeit wenn ich fertig bin und zu hause bin dann nehme ich auf nehme ich auf ränder 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 hoch das ist so mein alltag und was da durch die wand mit meiner drohnen kaputt gemacht und circa dann so am abend später dran ist mein alltag vorbei ja also ich mag mein alltag ich mag das gerne kennst ja schule bei mir sechs morgens aussehen die morgens sachen machen die schule gehen je nachdem wann ich aus hab nach hause und fertig dann video aufnehmen rändern fertig habe ich vergessen das ist auch sehr aber also es geht hier nicht dass du dir weniger mühe gibt sein ich habe einfach ein bisschen mehr erfahrung mit dem scheiß ich wollte dich hier kann ich ja machen wir schon an der ist kann ich nicht alleine sein weil ich sie gerade nach fußbohren also niemand lang gelaufen hat sie nach nach der auch noch warten 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 ja hat sich verspricht es macht auch nicht ich wusste das so stark ja katze ja kannst du bitte ich wurde genockt outet kommt zu mir bei mir kawairo bei mir kawairo durch 1 einfach erst mal weg ich wollte überleben so so hart es klingt tut mir leid aber ich habe nur noch 19 ap gehabt und ich wollte wirklich auf einen fehler ist schon leer ich hab spürz unicorns ok ich will dich verlieben kopf bist du richtig ich will dich verlieben das gewinnt ihr einfach absolut noch übrigens wenn wir plan sollen wir den zx klar machen natürlich könnte auch in anderen reihen prinzipiell machen also aus ms soldier im clan zu machen schon ein bisschen kompliziert ich habe ja nicht gesagt dass es meinem namen sein muss kann ja auch ein anderer namen sein ich finde es hätte nicht ganz gut vielleicht zwei drei vorschläge und dann können wir vielleicht irgendwann finden ihr könnt abstimmen sagen wir so jetzt machen wir 25 youtube kanäle und dann hat es natürlich noch nicht nein also ich würde sagen einmal wir denken uns aus und dann ja dass ich jetzt ein dann werde ich in der infobox könnte das natürlich abstimmen kann ich weiß was das infobox ist ein rand und die beschreibung nein 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 nicht nicht jetzt nicht in verboten wenn ihr ein video sieht und dann das vielleicht kleiner hat irgendwo ein i in einem kreis erklickt die drauf und dann können die abstimmen und wenn überall null prozent ist dann freue ich natürlich nach unten ich weiß doch immer ich will nicht schon wieder deine eckengeschichten sagen ok papa du kennst das deine eckengeschichten sind nicht sehr schön ja 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 papa um den kleid die selbe sache gerade zu fällen dann stelle ich an die selbe position für so ein jägerabwehrsystem ja ok papa man lasst mich durch ihr knechten mächtel oder hechtel wenn ihr eine von meinen zugangssperren jetzt erführt what the fuck ich mach das natürlich hier alles schön mit äh kubkan ladungen ich liebe kubkan ich bin kubkan mein du bist ja jetzt nur ein tutus operator ja und und du hast kubladungen boah der darf keine bildschirme haben er darf nur den computer haben und den darf ja auch nicht mehr haben radio auch ledigpüche auch nicht geld auch nicht alles dabei nicht haben was hängst du werde werde ich ein team kill ach so ein team kill mein god kill ich habe ich habe hibanas hier hat den fuser hier will gerade jemand rein oh mein gott der hat eine shotgun dieser witzende moluch ich bin vielleicht bei mir ok aber die haben doch denn die füße haben die gehen schon los ich habe keine ahnung ich bin von blitz geblendet frost wird sterben auch was werden wir komm zu mir schnell bei mir blitz ist tot der blitz wurde geteben killt oh wir haben gewonnen jawohl ich bin jetzt diamond ihr habt jetzt alles gesehen ich war im letzten video platin das war übrigens das was ihr im letzten video gesehen habe war die von silber auf instant auf platin taktik nein von bronze instant auf platin der hat absolut am anfang rumgejokest und der hat absolut gewonnen lol und ihr seht ihr ich bin diamond oh yeah so warte vielleicht kriegen eine alpha pack vielleicht kriegen eine alpha pack ne leider nicht natürlich nicht und das ist auch das schlusswort liebe leute ich bedanke mich vielmals dass ihr das video zu ende geschaut habt und wenn es euch gefallen hat lasst ein like da schaut bei i am a soldier vorbei schaut was in die kommentare bis zum nächsten video leute haut rein ciao ciao